Leute, es gibt Leaks zur nächsten Legende. Die sind schon ein bisschen älter, aber mittlerweile ist klar, wer sich hinter dieser Legende versteckt. Und wir kennen diese Figur auf jeden Fall schon. Es ist ein bisschen länger her, als wir sie erstmalig für einen Trailer gesehen haben. Es handelt sich um die Mutter von Vantage. Artemis ist die neue Legende. Voraussichtlich in Season 23 soll diese Legende erstmals kommen. Die steckt gerade aktuell im Gefängnis. Ich verrate gleich, was da lore-technisch genau passieren soll und welche Charakterklasse Artemis haben soll. Ganz kurz vorher. Ein großes Fußball-Event steht demnächst an. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr ein riesenfettes Fresspaket gewinnen. Ein paar Knabbereien von VeryTasty. Wenn ihr da Bock drauf habt, kommentiert dieses Video gerne mit dem Codewort Gewinn in eurem Kommentar, wenn ihr Bock habt. Ausschließlich auf YouTube. Ganz wichtig, ich lade meine Videos auch auf TikTok hoch. Wer Bock hat zu gewinnen, einfach das Codewort Gewinn in die Kommentare. Und demnächst lose ich das aus. Das sind 10 verschiedene Sachen drin, die passend zum Fußball-Event sind. Ihr müsst auf jeden Fall meinem Kanal folgen. Auf Instagram VeryTasty folgen. Das wird auf jeden Fall überprüft. Und so weiter und so fort. Mehr müsst ihr eigentlich nicht machen. Wenn ihr da Bock habt, 10 Knabbereien aus internationaler Umgebung. Lasst euch einfach mal überraschen. Weiter im Text Artemis. Wie gesagt, Artemis heißt mit echtem Namen Xenia Contreras. Ist die Mutter von Vantage. Ist im Gefängnis. Und wie genau passiert die Lore? Wie genau optisch kann ich euch natürlich nicht sagen. Aber ich kann euch sagen, Matt, Maggie soll sie wohl aus dem Knast rausholen. Ich gehe jetzt schon davon aus, dass es lore-technisch irgendwie so sein wird. Ein fetter Cinematic-Trailer. Maggie haut ihre Wrecking Ball da in irgendeine Gefängniswand. Knallt in die Zelle rein. Artemis kommt raus. Und alle sind glücklich. Artemis soll eine Recon-Legend sein. Ähnlich wie Bloodhound oder Krypto. Geht also davon aus, wir haben dann wieder mal eine Legende. Die letzte Recon-Legende ist schon eine Weile her. Lange, lange wurde die Recon-Klasse ein bisschen... Also die wurde schon öfter genervt, weil viele sich darüber beschwert haben. Es gibt so viele Legenden, die irgendwelche Scan-Fähigkeiten haben. Und dadurch du bestimmte Sachen wie so ein Wallhack benutzen kannst und so weiter und so fort. Jetzt kommt mit Artemis die nächste Recon-Legende. Es gibt Gerüchte, was die für Fähigkeiten haben oder hat. Aber das ist einfach nur so ein bisschen, ich sag mal, Fan-Made in dieser R5 Reloaded Apex Legends Version reingeklippt. Weil man vermutet dahinter, Artemis ist eine griechische Göttin, der jagt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Theoretisch könnte sie Fähigkeiten haben, die in Verbindung mit einem Bogen stehen. Und so ist es auf jeden Fall nur... Wie erkläre ich Ihnen das jetzt? Ich habe Wortfindungsstörungen. Es könnte sein, dass sie eine Fähigkeit hat, die in Verbindung mit einer Armbrust steht. Denn es wurde vor einigen Wochen etwas geleakt, was mit einer Armbrust in Verbindung steht. Es könnte sein, dass wir vielleicht als ultimative Fähigkeit eine Armbrust rausholen. Ähnlich wie Vantage. Bloß, dass sie dann eine Armbrust hat. Ob das jetzt so ist, müssen wir mal abwarten. Es wird wahrscheinlich irgendwas Recon-lastiges sein. Wir müssen mal abwarten. Wobei... Na... Krypto ist ja auch eine Recon-Legende. Und seine ultimative Fähigkeit ist ein fetter EMP. Also wird es wahrscheinlich die Taktische sein, die irgendwas Aufklärendes hat. Und wir müssen abwarten. Wie gesagt, das sind Spekulationen, was die können kann. Das sind keine Sachen, die in den Gamefiles gefunden wurden, sondern nur Theorien. In den Gamefiles ist ihr Name. Es gibt auch schon Skin-Pakete, die über Artemis gefunden wurden. Alles andere, wie gesagt, sehr, sehr spekulativ. Leute, das war es von mir. Im nächsten Video gibt es ein paar Waffen-Leaks um die Ohren. Freut euch drauf. Das war es von mir. Haut rein. Ciao. Ich habe es von mir. Vielen Dank.